Sponsoren können auf Sponsu Sponsorings kaufen. Dazu geben die Sponsoren uns ihre Marketingziele, also beispielsweise welche Zielgruppe sie haben, welches Image sie erreichen wollen, welche Reichweite und welches Budget sie haben. Und auf dieser Basis suchen wir dann in unserem Portfolio mit über 7000 Sportlern und Vereinen die passenden Sponsoringziele raus, helfen die einzubuchen und setzen die dann auch um, geben den Sponsoren am Ende eine Rückmeldung, ob ihre Ziele erreicht wurden. Das ist das, was wir machen und das wollen die Kunden auch von uns haben und bezahlen uns dafür gutes Geld.